Guten Morgen Berlin und willkommen zum Sputnik-Marathon. Dies ist das Rezept für einen glücklichen Marathon. Zutaten. Datum, Uhrzeit, Treffpunkt, Streckenmarkierung, Starterliste, Startnummern, Medaillen etc. Dies hat alles Stefan organisiert. Gabi ist heute die gute Seele am Verpflegungsstand und sammelt Karma-Punkte. Und wir brauchen Läufer. Je höher die Frauenquote, umso lustiger wird. Zubereitung. Circa 5 Stunden lang die Strecke nicht aus den Augen lassen und laufen, laufen, laufen. Eine Lauffahrt nach hinten und quatschen, sodass die Zeit gefühlt schneller vergeht. Die Natur genießen, etwas von der Welt sehen und sich lebendig fühlen. Und am Vp darf man alles essen, was man möchte. Schließlich verbrauchen wir sehr viel Energie. Oh Gott, oh Gott, die Spiegel. Resultat. Ein phänomenaler Zieler. Eine wirklich schöne Medaille. Und wieder mal das Gefühl, es etwas Großartiges geschafft zu haben. Mein Name ist Jana Bieler und das war Marathon Nr. 137. Und eine sieben ist erledigt. Und eine sieben ist erledigt. Und eine sieben.